Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf der Homepage von Hockenheim.de. Schön, dass Sie vorbeischauen. Wir schreiben das Jahr 2020. Es ist ein besonderes Jahr. Es ist ein Jahr, das uns alle sehr einschränkt durch einen Virus, der die ganze Welt erfasst hat und der uns nicht das machen lässt, was wir sonst machen wollen und können. Aber nichtsdestotrotz, auch solche Einschränkungen setzen Kreativität frei. Und wir haben hier in Hockenheim die lokale Agenda und das Fairtrade-Team, die wirklich interessante, spritzige Ideen entwickelt haben in dieser Adventszeit, die wir ja doch sinnlich begehen wollen. Schauen Sie vorbei bei unserem Adventskalender. Es sind tolle Ideen, Rezepte zum Basteln, Anleitungen. Jeden Tag was Neues. Lassen Sie sich verzaubern, lassen Sie sich bezaubern. Ich wünsche Ihnen allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen ein gutes, fröhliches und gesundes neues Jahr 2021. Alles Gute!